Ich gebe dir neue Horizonte und alte. Ich gebe dir Raum und Zeit. Ich gebe dir Gemeinsamkeit und Alleinsamkeit statt Einsamkeit. Du berührst mich und ich berühre dich. Bei mir kannst du ganz gespannt entspannen. Hier kannst du dich an die kleinen Wunder des Lebens erinnern. Und die großen Sorgen vergessen. Hier kannst du nicht nur deine Seele baumeln lassen. Das Gestern und Heute verschmelzt mit dir im Hier und Jetzt. Licht und Schatten sind hier die Hauptakteure in einem Spiel, das endlos verzaubert. Genauso wie der Wind. Hier kannst du auch ohne Ziel genau da ankommen, wo du hin willst. Und am Ende vielleicht dich selbst entdecken. Oder Dinge erblicken, die du gar nicht erträumen wagtest. Wenn deine Lebensgeister Erfrischung brauchen, dann gebe ich dir neue Energie. Bei mir bist du weit weg und doch ganz nah an der Natur, an dir. Hier bei mir, deiner Region Wittgenstein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.